...Midjur und If I Was. Pauken und Trompeten, der Mann mit dem wunderschönen Dialekt hat die Nummer 1 in England geschafft, allein. Wir freuen uns natürlich auch deswegen, weil er einmal so lieb war, uns ein paar Worte zu Clip zu sagen. Mitch, würdest du bitte noch einmal? Okay. Hi, I'm Midjur from Ultravox, and you're watching a new video on Clip. If I was a soldier Captain in arms I'd lay before home If I was a sailor Seven oceans I'd sail to home If I was a painter I'd paint a world that couldn't taint her And you're watching it on Clip. Thank you very much. 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 Vielen Dank.